Die Zustellung der Wahlbenachrichtigungen für die Wahlen am 25. Mai in Hoyerswerda ist abgeschlossen. Mit der Benachrichtigung kann man bereits im neuen Rathaus seine Stimme abgeben bzw. die Wahlunterlagen abholen. Sie können übrigens auch per Post oder via Internet angefordert werden. Unter www.heuerswerda.de in der Rubrik Einwohner sind alle Wahlen aufgeführt.